5 Komm, kommen wir ab zum Korb Ruhig spielen Guter Pass Rebound Schade Passiert, weiter geht's Die 12 läuft, pass auf Nicht so weit raus Daniela, nicht so weit raus Achso, ja, Pazerung Mädels, ausboxen Da Mädels, passiert, weiter geht's Umdrehen Tieferstehende Parteidegung Zehn Mädels, boxen mal richtig aus Wenn ihr da nur lasch hingeht, wird das nichts Schöner Block Nur einer, bitte Sprecht euch ab Ganz ruhig, ganz ruhig Aber nicht auf Zuruf Aber nicht auf Zuruf Oder hast du es auch gesehen? Okay Tieferstehen der Verteidigung, gut Hedels 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 Konzentriert euch mal bitte Hedels Sonst lasst du jemand anders einwerfen Boxart Gut Ganz ruhig, ganz ruhig Raus, 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 raus Genau Raus Schade Weiter geht's, weiter geht's Hast du Aggressiver heißt er Gute Verteidigung Gute Verteidigung Kann man bitte jemand anderes einwerfen Warum jetzt nicht die Tischlöschte? Hm? Ne, ne, die sind schon relativ gut Die Berlin Basket müssen wir noch spielen Die sind jetzt auch nicht sonderes doll Die haben gestern gegen die gespielt Ach so, jetzt haben wir die Doppelspieler Genau, die haben Schade, 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 weiter geht's, hast du noch, aus, genau, sehr gut. Rumspielen, genau, und hoch, Schade, Schade, Pässe halten richtig, jawohl, Schade, gut gespielt. Jungs, sagt ihr mir bei der Hälfte ungefähr Bescheid, wegen den Auszeiten? Gut, zum Ball bitte gehen, immer, nicht wegziehen da, gut gespielt. Ein paar Teilen mehr, ihr steht viel zu viel auf einer Stelle. Gut, ah, festhalten richtig. Ja. Mehr am Einwurf. Anbieten. Nimm, pass, pass. Rotheiligen, glaube ich, Eintrug, oder? Parteidegen. Wir wechseln. Und konzentrieren, weiter geht's. Ihr macht noch eure Punkte. Guter Einsatz. Pass, pass, pass. Genau, perfekt. Guter Einsatz. Jasmina. Jasmina, nimm die Schutzhand raus, wenn du dribbelst. Dann kann sie den Ball nicht zielen. Schade, weiter geht's. Vorsicht, Vorsicht, genau, perfekt. Schade. Schade. Ihr müsst früher vor sie kommen. Das ist viel zu spät. Geh, wir müssen jetzt nicht zielen. Das ist viel.. Ich weiß nicht. Oh my God. Bitte, oh my God. Nur so richtig. Geh, Đi. Hal'n. Nur das ist nee. Ach, nicht? Was ist ja so richtig. toi. Wiens. Danke. 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 Einen Einwurf musst du auch noch machen. Nicht einfach losdribbeln. Vorne anbieten. Gut. Auszeit beim nächsten Mal, ja? Auszeit. Schöner Rebound. Ja, ja, ich bin in die Auszeit, ja. Ganz ruhig, Mädels. Unser Ball. Wie viel steht's denn überhaupt? Die Mädels sind das schneller als ich. Ist ja nicht schlimm. Vorne läuft. Ja. Und Box out. Jawohl. Ganz ruhig. Nicht so hektisch. Guter Wurf. Schade. Weiter geht's. Mädels schneller umdrehen. Und der Einwurf. Nicht so hektisch. Das ist eine Art. Richtig. Mit sich kommt es. Ja. Ein bisschen. Das sollte man nicht wissen. Ja. Ja. Sieht doch nicht. Ja. Sieht doch nicht. Ja. Jetzt. Entschuldige. Wie viele Sekunden? Acht. Zwei, eins. Sehr gut. Gut gemacht, Emma. Weiter geht's. Umdrehen. Gut, das Ziel. Bietet euch vorne an. Oh, schade. Nicht. Passiert, passiert. Weiter geht's. Guter Rewand. Bittet euch vorne links und rechts in den Ecken an. Drei, zwei, eins. Schade. Hey, lass die Mitte nicht so weit offen. Hey, Mädels, Hand raus. Und dann kann sie nicht so frei werfen. Das ist doch eine Schweinegattel. Die haben wir jetzt schon wieder einen Wurf. Ach so, okay. Ganz ruhig. Ganz ruhig. Applaus Ab geht's. Schade. Anbieten. Schade. Anbieten. Gut, schade. Mädels, locken wir bitte alle mit da hinten. Arme nur hoch machen. Mehr nicht. Mehr nicht. Unser Einwurf. Schade. Hint. Festhalten, festhalten. Ach. Oh, passiert, weiter geht's. Nicht ärgern. Zum Kopf. Kopf nach oben, Mädels. Schade, weiter geht's. Schaltet doch mal schneller nach hinten um. Die spielen jedes Mal immer zwei gegen einen hinten. Und ausboxen. Schade. Wie lange ist denn noch? 60 Sekunden. Mädels, aus denn? Gut. Vom Körpereinsatz, zieh dagegen. Jawohl, sehr gut. Vorbei. Die sind schon sehr gut. Wuff, wuff, genau. Schade. Und aufstellen hinten. Aufstellen. Mit beiden Händen festhalten. Jawohl, genau so. Kopf hoch beim Dribbeln. Leute sehen. Unser Einwurf. Jetzt, ah, schade. Jetzt muss raus, genau. Passt. Ne, da steht noch einer. Genau, jetzt kannst du. Schade, ist die doll. Hoch, 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 hoch. Schade. Gleich reagieren. Mädels, achtet mal hinten darauf, dass die, dass die nicht da hinten ganz alleine stehen. Stellt euch früher schneller auf. Guter Buff. Schade. Schade. Ja, genau so die Arme hoch machen. Jawohl. So macht ihr den Buff schwieriger. Genau. Und dann machen sie nämlich auch Fehler. Habt doch keine Angst. Viel zu viel Angst. Hast du noch? Gut. Nicht rüber. Nicht rüber, genau. Perfekt. Perfekt. Kleiner nach hinten. Die stehen schon wieder zu zweit da hinten. Weiter geht's, weiter geht's, weiter geht's. Weiter geht's, weiter geht's, schade. Wow. Habe ich jetzt zwar auch nicht verstanden, aber... ...wegen des schwachen Fast-Tracks ist so das unsportlich. Dann hätten sie mir letztes Jahr in der U11 oder U12, damit sie mindestens jeden dritten Angriff geben müssen. Nee, aber das ist die Rehinklage. Ich find's aber auch persönlich, das ist nicht etwas... Also, wenn sie ihr ein Trikot gezogen hätte, hätte ich's vielleicht verstanden. Erst wenn es das zählt ist, naja. ...Mädels aufstellen, die haben doch den Angriff. Mit beiden Händen festhalten. Schade. Und Kloser dann der Arme hoch. Arme hoch. Gut. Das ist also wieder viel laufend. Da, genau. Boxhort. Sprecht euch bitte ab hinten. Ihr versucht immer zu zweit den Ball zu kriegen. Ihr könnt miteinander reden. Besser. Schade. Pass, pass, pass. Nicht von da. Schade. Habt ihr? Gut. Ich steh mal kurz auf und sag mir mal, wie viel Zeit da noch ist. Ich seh das ja immer nicht. Noch fünf? Auszeit denn, ja? Jetzt was? Ja, ja, mach. Hast du, Clara? Jawohl. Guter Pass. Dribbel, dribbel. Oh, schade. Steht zu eng da. Ihr steht übrigens mit drei Mann in der Zone. Wieder steht die zwölf und die dreizehnten. Passt auf. Ah, gut. Und Tempo, Tempo. Jawohl. Nimm die Schusswand raus dabei. Gut. 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 Weiter geht's. Weiter geht's. Nein, schade. Willst du es nicht werfen lassen, Arme raus denn. Macht dir den Wurf schwer, genau. Hast du, hast du, genau. Darf ich dich festhalten? Konzentriert euch, die machen auch Fehler. Die haben jetzt noch keinen einzigen, also die anderen haben aber auch noch keinen gemacht. Nicht gegen den Mann werfen oder gegen die Frau. Gute Verteidigung, und raus in den Arm hoch, jawoll, gut verschieben, raus da, genau, schade. Also die bewegen die mal relativ draußen relativ gut, die machen das nicht schlecht. Ich wusste ja was, dass das nicht einfach wird hier. Ich habe mir gestern das Spiel angeguckt von denen, weil die sind schon nicht schlecht. In Hermsdorf, Hermsdorf. Also kurz vor Fronau da oben, weiß ich das, ist nur in der Ecke, also für mich auf jeden Fall. Hermsdorf könnten auf jeden Fall was reißen sein, wir werden zwar auch wahrscheinlich nicht gewinnen. Ich sage mal, wenn man mehr machen als was, bin ich eigentlich schon zufrieden, aber das wird natürlich... Festhalten, Mädels! Jawoll! Dankeschön! Anbieten, anbieten! Genau! Abgeben, Emma! Emma ist frei! Ja, aber ihr könnt euch nicht immer darauf verlassen, dass das bei ihr funktioniert. Im... Ja, aber... Jetzt sind das sowieso nur zwei Auszeiten für die ersten zwei Vortel, oder? Ich habe die zweite schon genommen gehabt, ja. Die zweite hatte ich schon. Äh... Ich rede. Ich rede trotzdem dahin. Ja, ich weiß, es ist spannend, aber... Ne, ungefähr bei der Hälfte hatte ich die. Hatten wir nicht eingestellt worden. Nicht schlimm. Ja, aber man muss doch unterbrechen, wenn das Ding mal kommt, und dann müssen einfach laufen. Ja, das habe ich jetzt auch nicht verstanden, aber... Ja, das ist unglaublich. Äh... Guter Einsatz! Aber was soll ich denn machen? Sag ich mal, er ist ganz alleine hier, und... Äh... Er wirkt auch relativ arrogant, aber... Na gut, was soll ich denn machen? Ich kann es ja nicht ändern. Ich kann nur versuchen, sag ich mal, dass ihr das Beste draus macht. Ja, er war beim Aus. So richtig Lust scheint er nämlich auch nicht zu haben. Ne, also für mich spiele ich auch irgendwie... Also... Naja, gut, ich sag mal, selbst wenn er jetzt... Äh... Selbst wenn er jetzt zeigt mal alles... Natürlich sollte man es eigentlich. Weiter geht's, weiter geht's, geht's. Alles klar? Nehmen wir den Rebounds und Bauhausboxen. Rebounds! Ja, schöner Rebounds! Und raus, 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 raus! Oh, schade. Hast du Glück gehabt. War gut. Äh, dürfte nicht mehr so lange sein. Oh, was war das denn für ein Einwurf? Ja, aber ich muss... 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 Sie können nicht... Welche Nummer zeigt er denn da? Ich... ...seglicher kann nicht sprechen. Äh... Rob... Ne, ja, deswegen gibt's ja die Handzeichen, aber... Was ist... Was ist das? Ich kann mich nie... Kannste mir aber bitte sagen, welche Nummer das war? Dreije... So hat das aber nicht angezeigt? Gute Lenz. Ja... Er hatte... So, ja, deswegen habe ich mich gerade gewundert. Weil, das wär dann irgendwie 33 oder oder so. Aber das ist eigentlich nicht so richtig, so wie du es eben gezeigt hast, bist du auch. Sag mal, ist das jetzt dein Ernst? Hä? Es ist doch lächerlich. Klausel und Arme, Arme, jawoll. Das wird wahrscheinlich relativ wenig bringen. Gut durchgekommen. Jawohl. Sehr gut. Wie viel Zeit ist denn noch? Gut. Den habe ich eigentlich nicht gefragt, aber okay. Klausel und Arme, Arme. Ja, genau. Der Burf ist Führinger, Pedi. Klausel und Arme, jawoll. Genau deswegen, Clara. Sehr gut verteidigt. Ich hole ihn nicht. Ich mach das. Ach, musst du doch nicht. Ich glaube, das ist so ein Typ, der schnelltechnische Fouls gibt. Schusshand. Schusshand. Ne. Die Stange da oben darfst du nicht berühren. Hat sie die Stange? Ja, ja. Das Seil da oben darfst du nicht. Ja, das ist so. Ja. Ja, ja. Deswegen. Ich glaube, ja. Klausel und Arme hoch denn. Genau. Ihr macht den Wurf schwieriger. Sehr gut. Ja. Gut verteidigt. Mach vorne. Halbzeitmittel.